Ja, Horchemal und herzlich willkommen zurück zur kleinen Jumping Puzzle-Sammlung für Guild Wars 2. Diesmal mit gleich zwei Jumping Puzzle-Rätsel. Zum einen das Rätsel Trübsalrisshöhlen, zum anderen, weil es aber gleich davor liegt, die Trübsalrissgerüst. Wir befinden uns in den Schaufler-Schreck-Klippen, und zwar am Wegpunkt Umarmung der Betrübnis. Man kann auch natürlich eine andere wählen, also hier zum Beispiel Wegmarke Trübsalriss, aber ist ja völlig egal. Dazu bewegen wir uns jetzt erstmal raus und müssen uns rechts entlang. Ja, bewegen wird schwer, weil da sind natürlich tausende, hunderte von Gegnern. Aber wir werden es mit Sicherheit schaffen. Der Aufgang zum Jumping Puzzle befindet sich direkt hier, in diesem Gerüst, in diesem Holzkonstrukt. Hier geht es nach oben. Diesem Weg, es ist wirklich ein sehr aufwendiges Jumping Puzzle, ein etwas längeres. Müssen wir also konsequent nach oben folgen. Um dann hier an dieser Stelle erstmal über die Felsen an Holzgerüsten entlang zu kraxeln. So, jetzt sind wir hier, dann können wir nach da, und wir werden noch von unten beschossen, was die ganze Sache erschwert. Und können jetzt nach hier. Von hier aus können wir, glaube ich, war das hier, direkt nach da. Da, war das hier, ja. Um quasi ein Stockwerk höher zu gelangen. Es ist ja also ein bisschen kompliziert, hier einmal rum quasi um dieses Konstrukt, um dann hier nach oben zu gelangen. Wieder schön den Brettern einfach folgen. Es ist jetzt nicht sonderlich anstrengend, schwierig, wie auch immer. Aber sehr verwöhnt, das ist klar. Auch die Sprünge hier nicht unbedingt die leichtesten. Gerade so ums Eck. So. Dann hier auf diese Erweiterung. Und wir müssen jetzt da rüber. Ich mache mir mal einen Speedbuff rein. Sicher ist sicher. Und lande hier. Naja, sicher kann man nicht sagen, aber... Halbwegs akzeptabel. Und wir bewegen uns in diese Richtung weiter. Quasi Richtung Aussichtspunkt. Man kennt es ja auch schon von dem Aussichtspunkt. Und, ähm... Ja. Hier wäre also der erste Erfolg. Der erste fantastische Truhe. Ich glaube, das Gerüst wäre das jetzt. Trübsal, Riss, Gerüst. Und hier geht es direkt zum Eingang zum nächsten Sprungrätsel. Das wurde hinzugepatcht, äh, ich glaube vor einem Monat. Wenn ihr das seht, was weiß ich. Auch unter Umständen von einem halben Jahr. Und wir bewegen uns hier einfach rein. Dieses Sprungrätsel ist, äh, etwas nervig, finde ich. Wegen dem ganzen Eis. Dem Verlangsamen. Und wegen dem etwas chaotischen... Ich weiß gar nicht mehr, wohin wir müssen. Ding. So, wir bewegen uns also hier weiter. Von Vorsprung zu Vorsprung. Gehen hier rauf. Nein. Und plumpsen runter. Aber macht nichts. Wir müssen hier hin. Um dann nach da zu gelangen. Also es gibt, glaube ich, nur diesen einen Weg. Ähm, und wir laufen einfach. Wir laufen einfach. Ja, jetzt sind wir aber schön langsam. Und gehen hier schön weiter. Um dann an dieser tollen Stelle anzukommen, an der wir nach oben müssen. Was ich persönlich als sehr nervig empfand. So. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Denn man wird hier die ganze Zeit von allen möglichen Himmelsrichtungen beschossen. Also man könnte es sich jetzt natürlich erleichtern. Indem man einfach, äh, diese guten Menschen, was auch immer das hier alles ist, aus dem Weg räumt. Wir müssen hier jetzt quasi immer von links nach rechts springen. Von rechts nach links. Um immer ein Stückchen höher zu kommen. Und wenn wir Pech haben, landen wir wieder ganz unten. Einmal hier rüber. Hier rauf. Hier hin. Und das ist jetzt zum Beispiel nervig. Weil jetzt bin ich, oder bin ich nicht? Doch, ich war sehr langsam. Was aber auch nicht schlimm war. Okay. Dann geht's hier weiter. Einmal über diese Art Brücke. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Und dann muss man hier drüber. Und das ist ziemlich nervig. Weil genau wie jetzt wird man blöd beschossen von der Seite. Und man kann sich nicht wehren. Nein! Hui! Es geht bergab. Es geht immer bergab. Wo bin ich jetzt? Okay. Noch kein Zeitpunkt, um zu resetten. Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Das hier schon mal dahinter steht. Und zur Sicherheit mache ich jetzt hier alles mal weg. Auch wenn es dadurch ein bisschen länger dauert. Aber es ist doch sehr hilfreich, wie man gerade gesehen hat. So. Gut, das hätten wir hiermit geschafft. Und jetzt können wir hoffentlich ein bisschen lockerer da drüber springen. Und hier oben sind wir auch schon. Es war also wirklich jetzt nur dieser nervige kleine Abschluss, der etwas schwieriger ausgefallen ist. Und haben die gewaltige Truhe und damit auch das zweite Sprungrätsel erledigt. Jetzt können wir hier wieder schön zurück. Wenn wir wollten. Hier wäre also der Ausweg. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!